Also wenn ich ständig, wir schließen das jetzt ab, wenn ich quasi ständig angespannt bin, obwohl ich das nicht brauche, geht das natürlich nicht nur auf die Muskeln und auf die Sehnen, sondern auch auf die Gelenke. Also es fabriziert natürlich auch Energieverbrauch und die gesamte mentale Geschichte ist natürlich auch dementsprechend angespannt und das ist so eine Grundanspannung, die ich bei denen, die neu zur Wiese kommen, eben feststellen kann. Das Problem ist halt so ein, das wird das Kaulquappenproblem genannt. Also du merkst, dass erst wenn du einen Schritt lockerer geworden bist, dann fällt dir auf, wie viel Anspannung du vorher hattest. Das ist das Hauptmotivationsproblem. Also man kann vielleicht jetzt so kognitiv nachvollziehen, das was ich gesagt habe, dass man feststellen kann, welche Muskeln man nicht braucht und dann lockerer werden kann. Das ist plausibel. Aber die Motivation kommt erst durch so einen Aha-Effekt, dass man das selber mal am eigenen Körper erlebt hat. Also in der Baumstehgeschichte kann man das machen, jetzt auch wieder nicht mehr, dass halt der Kursleiter rumgeht und eben die Handgelenke nimmt und dann die Teilnehmerinnen das ablegen und dann langsam wieder übernehmen. Und da ist eine tierische Diskrepanz enorm groß und bei manchen führt das zu so einem Aha-Effekt und das ist dann aber auch wirklich das, was man braucht, um zu verstehen, worum geht es eigentlich. Dass man wegkommt von dem, ich will jetzt Action, das ist so langweilig, ich will jetzt, anstatt festzustellen, ich brauche jetzt erstmal gar keine Action. Wow, was ist hier los? Warum habe ich die ganze Zeit so viel Anspannung? Das brauche ich nicht, das interessiert mich, ich möchte lockerer werden. Also dieses Umdrehen von dem, was ich suche, ist wichtig. Also ihr könnt dann trotzdem, wie heißt das, Zumba machen und so, wenn ihr das toll findet, ich nicht. Ich habe wirklich, ich muss das feststellen, mein Hauptinteresse immer mehr auf dieses anstrengungslose Sein ausgerichtet. Also mit allem. Und das scheint mir auch dieses Yangsheng zu sein und es ist eigentlich auch das, was die in der Aufklärung, im Enlightenment heißt das, in den US- und Angelsachsen-Phase als vollständige Bildung des Menschen betrachtet haben. Und was dann nachher sogar dann als Bildung des neuen Menschen und so bis ins 9. Jahrhundert fortgetragen wurde. Also es ist nichts Neues. Also es ist sicherlich sogar Tausende von Jahren alt, aber in unserer Gesellschaft wirklich sehr, sehr wenig betrachtet.